So Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Black Ops 2 Online mit dem Ice Guy und wir spielen noch mal ein Gang Game auf der Map Carrier. Und das kann spaßig werden. Würden nicht die Gegner schon wieder liefen, ne? Boah, Alter. Warum liefen die denn? Das Licht an einer Anmoderation. Genau, weil die hören das? Ja. Ich habe heimlich das bei dir angestellt. Das erste Mal, dass ich Medal of Honor Warfighter aufgenommen habe, hat mich wirklich jeder gehört, weil ich nicht gemerkt habe, dass das hässliche Spiel einen Sprachchat benutzt. Alle haben gehört, was du willst. Ich finde das total nervig in letzter Zeit, dass jedes verdammte Spiel einen scheiß Sprachchat benutzt, also der schon automatisch eingestellt ist. Alle haben, wo darauf, haben die was gesagt darauf? Ne, ne, es war, ich glaube es war nur mein, ähm, mein Squad. Zum Glück. Und das war irgendwie so ein Franzose, glaube ich. Hat der denn was gesagt auf Französisch? Le Petite Baguette? Was heißt Le Petite? Le Petite, wenn dann nicht Tite. Keine Ahnung, habe ich irgendwo her, ich weiß nicht vorher. Also. Es ist nichts Schweinisches. Na gut. Ja, Le Petite klingt auch nicht, äh, schweinisch. Schwein auch nicht. Schweigen klingt nicht schweinisch. Ja. 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 Ja, na gut. Was soll ich da jetzt, äh, entgegenbringen? Nichts. Ja, eben. Meine, äh, Aussagen sind durchschlaggebend. Durchschlaggebend, ja. Ne, durch, äh, Durchschlag, nicht durch. Oh Gott, Ultratron, was bist du denn für ein Styler, ey, wirklich. Oh, mach da einfach einen Sprung über mich drüber und killt mich, ey, du bist so cool, weißt du das? Äh, dich getötet. Dann hab ich ihn jetzt getötet. Hallo? Was ist das denn für... Nein! Slash, du Hund. Was ist eigentlich für Sounds da im Hintergrund? Die kommen mir vor, als ob sie aus dem Zombie-Modus stammen würden. Verdammt. Slash. Verdammt, Slash, was tust du denn nur? Wir sind doch Freunde. Na, was bist du denn für ein Ultratroll? Wie sexy. Ja, so fast. Lass mich den doch eben noch holen. Was soll das denn? Ey, Slash ist auch so ein Styler. Ne, das gibt... Epic Fail tötet mich. Das ist wirklich ein Epic Fail. Ich werd von beiden... Ich werd... Komm, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Du bist tot. Ich kann dich nicht mehr holen. Oh, Slash, ey. Du nervst aber sowas von. Wo spawn ich eigentlich immer? Was soll der Scheiß? Nein, warum bin ich besser daneben? Geht doch. Was ist denn eine Leiter? Toll. Das war ja gar nichts. Ultratron, ey. Keiner von den beiden. Fick dich, Ultratron. Boah, mich reden die... Nee, grad so auf. Keiner von denen darf auf den ersten Platz kommen. Äh, darf gewinnen. Holy shit, ey. Der erste Platz heißt es gewinnen, ne? Lass mal gucken, wer aus diesem Kampf siegreich hervorgeht. Und den töten wir dann. Ah, Messer daneben! Ich mess da nur noch daneben. Ich kann's einfach nicht. Ich sollte es lassen. Warum kann man da nicht durchschießen? Verdammte Scheiße. Warum springe ich denn immer? Mann, das ist mein Tod, wenn ich springe. Warum, warum, Rad, warum? Ey, wirklich. Kann man auch noch einfallsloser kämpfen? Nein! Da ist übrigens einer. Ja, ich hab's gerade gesehen. Aber du hast mir die Sicht blockiert. Heul nicht rum, Mann. Ich wollte dich umbringen. Ich weiß. Und trotzdem hast du mir die Sicht blockiert. Ey, warum springe ich immer, wenn ich schieße? Irgendwie das, die Angewohnheit zu springen, wenn ich schieße. Noll, was war das denn? Endlich! Eine andere Waffe. Wenn die Pumpgum scheiße ist. Äh, mal schön die Sniper genutzen. Gehen kotzen, kotzen, Katzenkotzen. Geht doch. Und, jetzt noch schnell an hier. Fuck. Nein. Mann, scary Nigger, ey. Oh. Verdammt, sein Name. Ja. Klasse. Der hat aber auch noch zwei Kills. Ja, alles klar. Er trifft halt nicht. Mit Sicherheit. Der hat aber auch noch einen Kill, ey. Fuck. Das ist schon wieder so verloren. Dann sterb ich durch ihn. Der darf den Kill nicht bekommen, ey. Boah. Mach doch mal was gegen. Der eine muss den nifen oder so. Ich will nicht, dass der Slash gewinnt. Ich mag den nicht. Und er killt auch noch mich. Und er killt auch noch mich. Boah, bin ich schlecht. Ich bin letzter. Boah, letzter. 6-13. Das ist ein schlechter Modus für mich. Ich würde sagen... Anderen Modus. Ja. Bis gleich.